Mach mich mal hart. Nicht nur ein Anzug, ein Zähl, Wechselsknecht. Sie haben etwas Profit, etwas, das die Zähl nie haben oder verschnehen werden. Ja, einen Schniedel. Den haben sie nicht. Was? Überspannung? Was soll ich jetzt machen? Konventionell gegen ihn kämpfen oder habe ich jetzt irgendwas extra? Oh, extra Energie erschöpft. Verstehe, da hätte ich irgendwas machen können. Okay. Hier muss noch ein Mindcarrier sein. Da. Da leuchtet eh blau. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich habe ihn getroffen. Ich habe nur noch einen Pfeil, verdammt. Ich muss zurück und neue Pfeile holen. Hilft nix. Wenig Munition ist gut. Null ist etwas... Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Wo kann man es auch machen? Also, gute alte Mike Wo waren denn jetzt die Pfeile? Da war doch irgendwo ein Pfeilcontainer Brauche ich unbedingt Ich glaube, da oben war der, oder? Was ist das? Gauss Oh Gauss Geht gut Sabo Gauss Sabo Vier Schuss Wow, super Das hilft mir ungemein War da mal drin? Eine Geige Wo war denn dieser verblödete Pfeilvorrat? Was quatscht da dauernd? Kann ich den hacken? Feuersystem Wieso habe ich das nicht vorgemacht? Wieso hat er nicht auf mich geschossen? Kann ich mir das erklären? Ich brauche Pfeile Bitte Eile mit Pfeile Da ist irgendwas noch, glaube ich Mensch, den habe ich doch schon gehackt Ich sehe keinen Blödsinn Und da habe ich keine Spezialmunition dafür, oder was? Ne, habe ich nicht Ich schieße mal auf die Arsch Löcher Ich sehe sie nicht mit dem blöden Visier Das sollte ein Zef sein Was explodiert denn da? Ist das so ein Dick oder was? Oder steht der wohin? Da hinter Ne, ich glaube Der steht hinter dem Hinter der Barriere Ich glaube Ich wechsle das Visier Normal Ja Genau Da sehe ich es eigentlich besser Ich weiß nicht, was ich machen soll Wieso ist eigentlich meine Energie niedrig? Die Minien sind doch gehackt Da unten wären die ganzen Pfeile gewesen Ja, sorry Da muss ich aber nochmal hin Ja, ohne Pfeile Glaube ich brauche ich eigentlich loslegen Aber wie komme ich da rüber? Runterspringen Shadow Einer von der Shadow Truppe Was ist denn das? Der steht da hinter dem Schild Wie ein Arschloch, oder was? Völlig verblödert Dann hört man Oh Gott Ich habe die ganze Munition verschossen Arsche Loche Hoch 3 Wo sind jetzt die Pfeile? Habe ich sie jetzt eingesammelt? Wohin hat es mir da voll die Pfeile angezeigt? Ne, null Pfeile Ich gehe nochmal da hin und schaue nochmal Ich gehe nirgends hin ohne Pfeile Kacks Jetzt sind sie weg, die Pfeile Das ist gemein Haben die Pfeile weggenommen Ja, wo lang? Da lang Sentry Ich glaube ich gehe außen rum Da liegt nämlich noch was Was? Ist das Sekundär, oder was? Kack das mal da Arsch Er sieht mich noch nicht Noch einer, oder? Oder was überlebt? Pfeile, Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank Pfeile Aber sonst Die Grendel Na Auch nicht blöd Das Geschütz muss ich natürlich hacken Weil Was ist da? Sichtfeld blockiert Wieso? Schau Wo ist da blockiert? Ist das Wahnsinns, oder was? Du Rindfi Da ist kein Sichtfeld blockiert Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da rauf Da sollst du auf den Felsen hüpfen Du Das gehört mir Kann ich mich aufladen? Sowas ähnliches In der Art Was war jetzt mit der Schwachstelle, oder was? Hat er gesagt? Das ist der Carrot, oder wie? Das wusste ich doch vorher schon Ich schau nur, wo die dann alle spawnen werden Was ist denn das? Oh, das ist auch sein Sentry Ah, der ist zu weit weg Ich glaube, da brauche ich mich nicht Keine Sorgen machen Okay Sef Wormlauch schließen So, wo kommen sie? Oh Gott Ja, dann zeig Ich seh nix Kann ich da außen rum? Ne, ich muss natürlich durch die durch Ist eh klar So, lebt er noch Hat ihm das jemand erlaubt Huh? Oh Ach so, ich bin eigentlich Wow, da fliege ich Ich bin mehr oder weniger Unverwundbar Glaube ich Jetzt habe ich gleich keine Munition mehr Nehme mal das da Mörder Nimm das Ich glaube, das tut ihm nicht viel Doch, tut ihm schon was Oh, das ist glaube ich noch so ein kleiner Ist auch noch einer Es geht nicht weiter Solange ich den nicht kille Ja, die Waffe ist nicht schlecht Solange ich Energie habe Kann ich mich da wieder aufladen? Ja Aber nicht überladen, glaube ich Das hält aber jetzt schon lang an Irgendwas macht da blöde Geräusche Da runter Wie komme ich da runter? Ja Was hat mich jetzt gesehen? Was hat mich jetzt gesehen? Ja Ja, hält was aus Boah, was war denn das? Keine Scheiße Sind zu weit weg Obliteriert Sag mal dazu Ist das langweilig Wieso bin ich jetzt eigentlich schon so lange überladen? Und wozu ist das gut da? Oh Oh Kill euch alle Macht keinen Unterschied Ich glaube ich bin unverwundbar Aber sicher bin ich mir nicht Ich sag's ganz offen Das ist mir jetzt so riskant Mal schauen was das macht Geht da jetzt was hoch? Ich hör was Oh da der da Der kleine Sehr billiges Level Design Das hat sich nur eine halbe Stunde Arbeit gekostet Aber mich kostet's Sämtliche Nerven Fasern In meinem Körper Kühlsystem hätte ich sabotieren sollen Uiuiui Das war's Ich wusste doch Ich hab was vergessen Oh Gott Jetzt muss ich da wieder hoch Sorry Ich glaub das schneid ich raus Also ich melde mich wieder Wenn ich da oben bin Beim Kühlsystem Oder was das sein soll Okay Ich bin zurück Und hier ist das Kühlsystem Was ich vergessen hatte Aber ich komm nicht ran Er raucht es zu viel War's das? Okay Das war's schon wieder Gut Gehen wir wieder Und ich melde mich wieder Wenn ich Da bin wo ich vorher war Bis gleich Okay Ich bin zurück Und natürlich bin ich eine Sekunde Nachdem ich das blöde Kühlsystem Deaktiviert habe Abgestürzt Und muss ich alles nochmal machen Eh klar Hätte mich auch gewundert So Jetzt sind wir da In Neuland Und Es wird wahrscheinlich Nicht besser werden Oh Gott Es geht schon los Der finale Kampf Oder Schaffe ich nie Alpha Ziff vernichten Okay Wie Da haben wir mal Genau Endlich Ein Wahres Wort Was? Mein Mörser ist weg Mein Mörser Wo ist mein Mörser? Ui Das ist aber schnell gegangen Ich weiß so nicht was mich gekillt hat Aber Es wird schon irgendwas gewesen sein Gib mir den Mörser Der Rindvieh Das tut dem glaube ich nichts Ich glaube der bohrt Das ist ein Bohrer Tut ihm das nix Kann natürlich sein Ich weiß nicht was ich machen soll Auf die Dinger da schießen Okay Raucht schon Das hat ein bisschen geraucht Aha Er holt mich zu sich Was? Genau Nur mir Kauf dir deinen eigenen Ich halte doppelt so viel aus Oh oh Verschreiß nicht Mann Bitte Verschreiß nicht Bin aber Gläubisch Da ist es besser In Deckung zu gehen Ich weiß ja gar nicht wo er ist Das sind so normale Kleine Habe ich etwa Keine Energie mehr Schau Vorhin hatte ich unendlich Mal schauen was da überhaupt auf mich schießt Ah vielleicht kann ich ihn an diesen Batterien wieder aufladen Kann das sein? Ich probier's mal Ne das ist keiner Da Ah siehste Der lädt Oh Irgendwas schießt auf mich Taukt man nicht Ich werde mal das da hacken Oh Oh Genau Kämpfe mich Kämpfe und siege Was schon wieder Keine Munition Gut dann bleib ich da stehen Was da Der schießt auch brav Au Aber treffen tut er halt nix Au Was ist das Problem? Wieso bin ich jetzt hin? Mann Wieso bin ich jetzt hin?